Wir gehen jetzt von der Insel Rügen runter in die Oberpfalz und ich sage mal, das ist keine Behauptung, sondern es ist wirklich so, einer der ältesten und bekanntesten Chöre, die wir weltweit haben. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute begrüßen und wir präsentieren Ihnen herzlich willkommen mit einem wunderschönen Volksliedermedal, die Regensburger Dummspatzen. Viva die Musik, viva die Musik! Die herrlich frühen Baum und Stau und zieren Tal und Länge, ein zarter, milder, warmer Hau und spielt das Blatt genänge. In Sonnenschein und Blut und Heil und legt sich in den Winden, die Sommer will sich finden. Viva die Musik! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020